alles herzlich willkommen zu entertainment wir spielen heute league of legends mit smurf account gehen wir vor was weiß ich halbe stunde habe ich meine stellt und ein kollege vor zwei minuten vor zwei minuten also ich bin die cd1 und ich bin die cd0 ich habe eingeben vorsprung wir sind level 1 auf dem account das heißt wir haben so gesehen gar nichts kein champ keine einflusspunkte kein nix null alles null ja und wir starten jetzt hier mal eine runde und versuchen wir könnten gleich mal invaden genau wir könnten da in den buschen ja können wir aber wozu ist egal wir könnten gleich mal invaden genau wir könnten da in den buschen ja können wir aber wozu ist egal nur kills zu holen ja jetzt ist aber mein q geskillt und man kann sehen ich spiel riven ist eine attack casterin sag ich jetzt mal die kann bestimmte spells aktivieren und mit ihrem dritten jump kann sie über bestimmte wände jumpen aber nur mit dem dritten nicht mit den zwei vorigen ja ich bin aber kein riven main müsst ihr wissen aber wir springen gegen bots das sollte noch genügen holen wir gleich mal die annie ach first love gg oh ein missfortuner und wieder ein luchs wie beim letzten game auch ja was denn sonst ich bin so low ich bin so low ich bin so low ich bin so low ab deswegen habe ich hier potz ich bin so low genau also ich spiel das nächstes in g und dann mache ich 1 punkt in w und dann Oh, lass mich raus. Wir spielen gerade nur in Bot-Game, deswegen ist es ja noch relativ einfach. Ja. Oh nein. Oh. Danke schön. Ich muss raus, ich muss raus. Was machst du? Hilfe, ich war so laut. Das macht noch nicht genug Schaden. Ich geh mal weg. Okay. Was glaub ich mir der? Keine Ahnung. Der braucht 1300. Oh. Oh. Ja, aber wir wissen es. Anzeige es raus. Anzeige es raus. Oh. 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 alles sein verdienst kommst du jetzt also was kaufen wir uns denn ein riesen schwert was ist denn los mit dem raum jetzt laufen wir wieder in die lane wir haben 126 angriffsschaden das ist nicht schlecht wie sieht man eigentlich meine ulti granate verursacht am ersten gegner 52 plus 87 schaden und der kegel 200 plus 70 schaden cool so Also gegen BOTS ist es so langweilig, finde ich es nicht. Jaja, man kann early leveln. Aber gar nur Augen aufgeben würde es mal haben, einfach. Uuuuh, Anzeige ist raus, Dopplen. Dopplen, was? Boah, Doppeltötung, Alter, was ist denn los bei denen? Dopplen, Doppeltung, ja. Dass du Wave raus, ey. Ja, okay, wir können ja nicht reinpauschen, ja. Ja, das willst du denn, die können ja sowieso nix machen. Damit ich farmen kann. Na, ich hab keinen Mana für die Ulti. Scheiße. Soll ich den Turm holen, oder? Soll ich den Turm holen, oder? Soll ich holen uns den Turm. Alter, überdreifer. Äh. Ich bin nicht so schnell. Geil, ich brauch Boots auf Zwift, das auf jeden Fall. Das kommt nicht nach. Hab ich schon Kohle? Ach nee, 2000. Geil, brauche ich. Geil. Okay, ja. Irgendwelche Geistesblitze? Ich probiere mal, ob ich was da machen kann. Ja, hol dir Annie. Wenn sie hinter den Tower geht, dann hol ich sie. Okay. Oder so. Ja. Oh, ich hab ihn in der Farm. 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 Warte, meine Autotecks sind so heftig. Ich geh wieder bot lane Und noch ein Funk, den E. Bisschen chillen hier, bisschen farmen. Doppelkill, kill, kill. Ey, das Ghosten ist ziemlich lustig. Gegen Botze ist richtig langweilig halt. Ja, was soll ich schon machen? Ja, kann man leider nichts dagegen machen. So, Botze ist so lahm. Alter, ich schlafe gleich ein. Bisschen Dungle. Ah, ich gehe einkaufen. All's it on. Ja, da brauchen wir zum Arsch. Der hat Flash. Ach, ach, ist der Wawrikbott dumm. Ah, das sind Bots. Der hätte nur einen Outletack gebraucht. Er hätte ihn brauchen bekommen. Und die ist auch so. Ja. Also unser hier. Was soll ich mir noch? Brauch schaden. Was gibt's denn da schönes? Infinity Edge. Werde's was. Oder Trinity? Trinity, glaub ich. Das ist ja normal. Trist dich, Tibbers. Tibbers! Tibbers! Hehehe, Overextended. Eigentlich Overextended. Kannst du auch Diven, oder? Weiß nicht. Ja, kann ich. Bist du okay? Easy. Oh. Man, wird's so easy. Das ist überhaupt nicht klar. Das ist überhaupt nicht klar. Na, der Braum dominiert. Was ist der Penta, was ist der Penta. Oh, Gott. Räifert. Wo ist der Penta. Ich bin so böde, Alter. Hallo, wir haben halb zwei Mittags. Pass auf, da kommt Warwick, den kannst du holen. Der will den E. Johannes? Was? Was? Oh, soll er den holen? Und? Nein, lass es. Ja, wunderbar, deswegen gehe ich auch nicht zu den anderen Leuten, denn ey. Aber der Bot muss ja dahin gehen. Ich bin so gut. Woher geht's mir hinaus? Komm, ich lass ihn töten, ey, ich helfe ihm nicht. Ich bin so müde, ich hab keine Ahnung, als ihr habt. Das geht voll, ich bin so müde, ich bin so müde. Keine Ahnung, wie ist das? Mann! Hier einen. Ach du Kaisers. Hilf mir, Ultim! Hilf mir, Ultim! Ich hab mir Ultim. Alter, heal mich. Heal dann, wenigstens. Äh, du bist doch... hast du immer den? Kann man sehen. Ja, weil ich gehielt hab. Oh, Mann. Hättest du mich retten können. Aber nein, ich muss mich immer selbst retten. Jetzt stirb. Ich werd dir nicht mehr helfen. Oh Gott. Immer schön zu Flame, Alter. Na? Flaming ist das Fittigste in dem Spiel. Ja, gell. Feeder. Ja, du Feeder vom Raum. Alter. Wieso haben die Bots zwölf Kills, ey? Ja, fuck doch mal das 10 Raum. Ja, du musst das zu Null gewinnen. Na ja, man kann schon fünf Kills abgeben. Als Celebrity Direct. Ja, aber doch keine zwölf. Ja. 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 Auch die Minions haben einen Tumsch. Ja. Schauen wir, wie Draken geht. Ja. Wir können schon solo Draken? Das ist wirklich nötig Ich hab gefehlt meine Dingsbums Was bringt der Meeresdauer nochmal? 4% Heilung Ausstammt Scheleraton Er genäht 4% des fehlenden Lebens und Mana pro 5 Sekunden, wenn du 8 Sekunden lang nicht von Champions Schaden erlitten hast Der Inhibitor ist wieder aufgebaut, was soll das? Verdammt, wir sind schon zu weit Baron ist gespawnt Ich habe keine Zeit gespielt Nein, du KSer Oh, hat der Reiser zu mir Ich glaube, es wird alle killen Ah... Wie? Wie? Du mir auch Gar nicht, ich hab nur 14 kills Ah, der Braum Okay Ja, das war ein bisschen... Inhin... Wollte ich mal sagen? Extrem...